Hallo, ich bin's schon wieder. Es gibt Neuigkeiten. Alles weitere nach dem Intro. Oh Gott. Guten Morgen. Es ist 6.30 Uhr. Ich trinke mich noch einen Kaffee und dann muss ich gleich zur Arbeit. Naja, ich habe ja gesagt, es gibt Neuigkeiten. Kurz nachdem ich das Video gestern fertig geschnitten hatte, bin ich zur Arbeit gefahren. Dann kriegte ich eine Nachricht von meinem Mann. Am Mittwoch soll das Auto jetzt in die Werkstatt. Es wird noch vor dem Urlaub repariert. Ihm lässt das keine Ruhe. Er möchte so nicht in den Urlaub fahren. Der Werkstattmeister hat die Teile bestellt. Ja, und dann wird es repariert. Nützt ja nichts. Ich habe nur gedacht, wie soll das gehen? Mittwochmorgen das Auto in die Werkstatt und Mittwochnachmittag haben wir den Termin mit dem Wohnwagen beim TÜV. Also ich denke nicht, dass Mittwochabend das Auto schon fertig sein wird. Schauen wir mal, wie wir das machen. Naja. Mal schauen, ob ich mich heute nochmal melde, ansonsten morgen, ne? Beim Wohnwagen auf links drehen. Junge, 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 das wird ja echt nicht langweilig. Ich lache zwar, aber innerlich könnte ich kotzen. Guten Morgen, liebe Leute. Ja. Wie so oft kommt es ja mal anders, als man denkt. Wir haben heute schon Dienstag und ich habe den Wohnwagen nicht auf links gedreht. Noch nicht. Aber da will ich jetzt mal beigehen. Ich bin so unmotiviert. Ich freue mich tierisch auf den Urlaub, aber wenn man Pläne macht und die funktionieren nicht so, wie man sich das vorstellt, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr. Aber es nützt ja nichts. Ich muss jetzt ja mal zusehen. Also geht's jetzt los. Hab ich Lust? Nö. Aber ich muss ja zusehen, ne? So liebe Leute. Ich ziehe jetzt erstmal die Betten ab. Und das habe ich schon abgezogen. Jetzt mache ich die Kinderbetten. Ähm, dann wasche ich erstmal die Bettwäsche. Und dann werde ich hier einmal unterm Bett ausräumen. Ich glaube, da sind Sachen drin, die brauchen wir gar nicht mitschleppen. Ähm, unnötigen Ballast loswerden, würde ich sagen, ne? Also dann ziehe ich jetzt erstmal die Betten ab. Ich will ja nichts sagen, ne? Und was wackelt. Aber das ist jetzt schon eine Hitze. Äh, deswegen mache ich das jetzt schnell, weil noch steht der Wohnwagen im Schatten. Heute Nachmittag muss ich eh zur Arbeit. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt hatte. Morgen hätte ich eigentlich frei gehabt. Meine Kollegin ist krank. Jetzt habe ich morgen eine 6 bis 14 Uhr Schicht vor mir. Wo ich eigentlich frei gehabt hätte. Und mir das, was ich jetzt heute machen wollte, mach, mir eigentlich für morgen vorgenommen hätte. Hatte, hatte, hätte, Fahrradkette. Ach so, was ich euch noch sagen wollte. Das Happy Camp mit dem Nordtreffen ist ja jetzt schon drei Wochen her. Aber jetzt fangen meine Beine erst an zu pellen. Ich dachte, das kommt vielleicht gar nicht. Aber ja, jetzt shoppt das alles. Wollen wir mal gucken, was hier so alles drin ist. Ich sehe gerade. Ich habe hier drin so einen Outdoor-Teppich. Meine Mäschnetze, die brauche ich. Die brauche ich. Das ist ja der Himmel. Wäschespinne brauche ich. Vorzellteppich brauche ich. Campingschrank brauche ich. Aufblasbares Sofa, das soll nicht. Tisch. Zwei Stühle und ein Beistelltisch. Also ausräumen brauche ich hier nichts. Das ist alles. Das müssen wir alles mit haben. Gut. Hat sich das erledigt. Da brauche ich nichts ausräumen. Gucke ich hier nochmal rein. Der kann weg. Ich habe einen Schlafsack drin. Den benutzt eh kein Schwein. Der kann raus. Der kann raus. What's that? Die alten Gardinen, die lasse ich hier drin, sonst kommen hier nicht gerade her. Ich habe ja komplett überall, das hattet ihr bestimmt schon mal in meinen vorherigen Videos gesehen, bis auf die Gardinen, alle abgemacht, weil ich nicht so der Gardinen-Fan bin. Also diese Vorhänge schon, diese Schalt schon, aber sowas mag ich nicht. Da ist auch nichts drin, dann ist es fertig. Dann hole ich das Zelt hier unten gleich raus, das habe ich hier unterliegen. Ich glaube, das packen wir dann ins Auto. Dann gucke ich da hinten gleich nochmal rein. Ich war letztens schon mal shoppen, hoffentlich reicht das für einen Urlaub. Das war ein Angebot, warte, was immer nochmal mitkommt. Spaghetti gehen immer. Volo. Mein Kind mag gerne Ravioli. Also so schnelles Camper essen. Für mich. Und hier, wie heißt das? Pesto für die Spaghetti. Dieser Schrank, ne? Boah, gestern hab ich fast abgedreht, ne? Alter. Was für eine Scheiße. So viele Gewitter fliegen. Du warst die ganze Zeit nur entgangen. So, jetzt geht das noch. Ich hoffe, das wird nicht wieder so schlimm heute. Ich werd nüdelig bei dem Scheiß. Unsere Schüssel war ja auch wieder kaputt. Die ist in Karls Minde ja umgeklappt. Mike hat die gestern wieder repariert gekriegt. Aber er befürchtet, dass wenn wir jetzt in Südseekamp sind und die wieder ausfahren wollen, dass die sich wieder nicht hochklappt. Und zwar löst sich da immer eine Schraube hin. Nun hat er das ja rausgekriegt. Nun werden wir nochmal eine Schraube besorgen, die sich nicht mehr löst. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Technik, 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 ey. So. Was haben wir hier drinnen? Nix. Sehr gut. Sehr gut. Mensch. So. Das muss mit, das muss mit. Was ist das denn hier? Ach, das Ding. Oh, die Luftmatratze von meiner Schwägerin. Strandmatte, Autoteppich, Schlauchbote. Das brauchen wir nicht ausräumen. Das kommt alles mit. Ja. Das restliche Putzen, das macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Das brauche ich alles. Das Kabelkram. Meine Lampen. Ich bin jetzt schon Fußball mit einem Mülleimer. Habe ich jetzt gerade gefunden. So, hier brauche ich auch alles. Brauche ich auch alles. Jetzt weiß ich, was ich ausräumen kann. Oh, was ist das? Was ist das denn? Also, ich finde hier irgendwie immer Sachen und weiß nicht, wo die herkommen. Jetzt habe ich hier so eine Rolle gefunden. Wo kommt das denn jetzt her? Da gibt es gar nichts zum Rollen. Hä? Komisch. Oh, pass auf. Das ist ja mein Waschschüsselschrank. Und Putzi-Putzi-Kram und so. Dann habe ich hier noch einen etwas größeren Topf drin, damit ich mal Nudeln kochen kann. Und, pass auf, unnützen Ballast. Die benutzen wir nicht. Also raus damit. Mal ruhig, dass ich das jetzt hier schon gerade ausgepackt habe. So, rein mit dir da. Jetzt passt die Waschschüssel da auch viel besser rein. Super. Freude. So, und alles andere macht keinen Sinn. Wenn ich nachher die Betten wieder neu beziehen muss, morgen, ist es hier eh wieder staubig. Also, Staub wischen, Donnerstagvormittag. So ist der Plan. Wollen wir jetzt noch mal Tacheles reden, wie der Plan ist? Machen wir doch mal kurz. Wie ihr seht, sieht das hier aus wie bei Hempelz und am Sofa. Aber, ich hatte euch ja schon gesagt, die Motivation ist gleich Zero. Na ja, der Anfang ist jetzt schon mal geteilt. Ach, was ich gleich noch mal schnell mitfilme und im Schnelldurchlauf ist, ich muss den Gaskasten noch einmal ausräumen und neu sortieren. Ähm, ja. So, der Plan ist wie folgt. Und das wird jetzt auch nicht mehr über den Haufen geworfen. Morgen arbeiten, 6 bis 14 Uhr. Ähm, danach mache ich hier weiter. Kann ich gar nicht. Der Plan ist nicht wie folgt. Ich muss überlegen. Also, Auto in die Werkstatt morgen. 16 Uhr ist TÜV-Termin. Hätte ich auch schon wieder fast vergessen. Donnerstagvormittag. Wohnwagen weitermachen. Schnell alles schicko machen. Freitagvormittag. Einkaufen. Ein paar Sachen für mich. Und für, also für den Wohnwagen und für Mike, der ja zuhause bleibt. Erstmal. Äh, 12 Uhr. Soll ich meine Nägel noch mal ein bisschen urlaubsfein machen? Nachmittags, ähm, könnte ich ja schon mal Klamotten packen. Ein bisschen was. Und noch Wäsche waschen und so. Samstag. Arbeiten. Noch mal so eine 6 bis 12 Uhr Schicht. Und dann wird hier der Rest gepackt. Ähm. Ich muss mir auch noch mal so eine Checkliste machen. Dass ich echt nichts vergesst werde. Dieses Jahr bin ich sowas von verpeilt, dass ist nicht mehr normal. Ist nicht mehr normal. Ich bin von mir selber sehr schockiert. Das kenn ich gar nicht. Gerade vor dem Urlaub bin ich so motiviert immer. Immer so. Corona-Depression. Ich weiß das auch nicht. Naja. Wir kriegen das schon hin. Es wird bestimmt noch vor dem Urlaub fertig. Der Plan für Sonntag ist. Wir dürfen ja, also wir haben ja eigentlich schon ab Samstag gebucht. Und wir könnten ja Samstag schon hinfahren. Wollen wir aber nicht. Bei Hamburg ist es aus dem Nadelöhr wieder. Der Elbtunnel ja sowieso immer dicht. Ähm. Und dann ist da auch noch eine Baustelle, wo es glaube ich über mehrere Kilometer einspurig ist. Da haben wir gesagt, wir fahren Sonntag ganz früh los. Ich glaube wir wollten irgendwie so gegen fünf oder so los. Hatten wir letztes Jahr auch vor. Aber da sind wir erst gegen sechs los gekommen. Aber das hat uns sehr gut gefallen. Und wir können dann ja auch schon ab acht, ab sieben sind die Schranken auf. Ähm. Ab sieben auf dem Platz. Und dann können wir schön in Ruhe aufbauen. Dann ist es wahrscheinlich auch noch nicht ganz so heiß. Und sind vielleicht zum Mittag fertig. Hoffe ich auf jeden Fall mal. Dann holen meine Eltern Maik wieder ab. War auch anders geplant. Aber Pläne sind dafür da, um sie auch über den Haufen zu schmeißen. Das ist ja unsere Devise jetzt. Das gehört sich jetzt ja so bei uns. Also. Gut. Für dieses Video mache ich jetzt Schluss. Dann nehme ich euch irgendwie morgen wieder mit. Ich kann ja mal die Abfahrt filmen. Ich weiß ja nicht mal mit welchem Auto er den Wohnwagen hier zum TÜV fahren will. Er muss ja wie nach Heide. Keine Ahnung. Unser Auto ist ja eine Werkstatt. Ein Mann macht das schon. Gut. Das soll es erst mal gewesen sein. Ich schau mal, was ich hier jetzt noch so mache. Und melde mich denn morgen wieder. Tschüss. 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 Tschüss.